Love ist ein super Beispiel, ich liebe dieses Lied, Love. Ich finde, das ist genau das gleiche, wie du jetzt gerade erzählt hast von deinem Kollegen. Ich verstehe kein Wort von dem, was Amir da singt, aber als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, ich habe direkt Gänsehaut gekriegt und man fühlt einfach so sehr, dass Amir was erzählt, dass da eine Geschichte hinter steckt. Und deswegen, ich liebe auch dieses Lied immer live zu spielen, weil ich glaube, uns geht das allem so. Wir stehen alle auf dieser Bühne, haben die Augen zu und sind einfach so in der Musik drin. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich.